Hallo Leute, im heutigen Video beschäftigen wir uns mal mit der Komplettinstallation von Mainsail auf ein Repository, was ich erstellt habe jetzt und zwar speziell für die Beta. Das ist jetzt momentan die Beta 4 und ich würde sagen, nach dem Intro steigen wir dort dann mal ein, um zu schauen, wo können wir die runterladen und wie können wir sie installieren. Und zum Schluss besprechen wir dann auch noch die Timelapse, damit alles abgearbeitet ist, was an wichtigen neuen Funktionen so verfügbar ist. So, ja, nach dem Intro angekommen würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt erst einmal auf das GitHub Repository. Okay, dazu schalte ich euch auf den Bildschirm, damit ihr auch seht, wo halt was zu finden ist und dann schauen wir mal weiter. So, Bildschirm angekommen, bin ich jetzt schon in meinem Repository drin, äh, in meinem Repository sage ich schon, in meinem Account drin und dort ist jetzt neu hinzugekommen das Mainsail OS Beta Image. Das Image basiert auf dem letzten Image, was offiziell rausgekommen ist mit der 2.0 oder 0.1 und ich habe das Ganze jetzt upgedatet bis auf den letzten Stand. Kia U ist auch vorinstalliert, falls das jemanden jetzt noch so als Beinformation mit interessieren könnte. Ähm, aktuell ist es die Beta 4 mit den ganzen Sachen, die ich auch als Screenshot reingestellt habe, also das ist quasi auch die Version, wie sie momentan dann hochgeladen ist. Da wird auch jetzt weiter nichts mehr passieren, weil updaten könnt ihr ja selber. Das muss ich ja im Prinzip jetzt nicht, äh, für euch erledigen, das solltet ihr ja dann selber hinkriegen. Das, ähm, Timelapse-Makro wurde auch schon hinzugefügt und die Timelapse-Firmware-Variante auch, damit alles komplett auf dem neuesten Stand ist. Ja, und, äh, um das Ganze halt jetzt dann anzustoßen, geht ihr halt im Prinzip ganz normal wieder auf den Code. Irgendwie ist mein Internet heute total langsam, ja, super. So, und dort sagt ihr einfach bei Code, äh, Download Zip und dann ladet ihr den ganzen Ordner runter. Da ist jetzt im Prinzip nicht viel drin in dem Ordner. Ähm, ich habe jetzt nur noch diese drei Screenshots mit dabei gepackt, damit man das halt ein bisschen einsehen kann. Und das Image, was als Zip-Datei in dem Repository drin liegt. Ja, der Download hat dann jetzt endlich mal gestartet. Also, wie gesagt, mein Internet ist heute irgendwie so gar nichts. Ich werde das jetzt aber nicht downloaden lassen, also im Prinzip könnt ihr halt auch direkt, ähm, zur Zip-Datei gehen, aber das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde einfach das Repository runterladen, dann habt ihr auch die Zip-Datei. Und es wird nichts verändert an der Zip-Datei von GitHub aus. Ähm, das ist Quatsch. Ja. Wie gesagt, einfach das ganze Repository runterladen und dann, ähm, schauen wir dort mal weiter. Und danach müsst ihr dann halt die Zip-Datei entpacken und dann behaltet ihr halt diesen, dieses Beta-4-Image, was jetzt hier bei mir auf dem Desktop relativ schlecht zu sehen ist, weil ich so viele dann Sachen auf dem Desktop habe. Naja gut, äh, ist egal. Ist auch wurscht. Ist jetzt uninteressant. Weil das ist ja für euch jetzt nichts irgendwie, was, was jetzt interessant wäre, ja. Dann könnt ihr entweder mit Rufus oder dem Raspberry Pi-Imager arbeiten. Ähm, ja, ich persönlich nehme halt beides. Äh, ich nehme jetzt einfach mal Rufus, weil eben habe ich es mit dem Pi-Imager schon mal probiert, damit das auch sichergestellt ist, dass alles funktioniert. In Rufus zieht ihr das Ganze einfach rein. Und dann ist die Datei auch schon drin. Ja, dann braucht ihr jetzt noch eine SD-Karte. Da suchen wir jetzt auch mal eine raus und lassen das mal laufen. Und dann, äh, seid ihr im Prinzip auch schon fast bereit, um das Ganze dann halt zu verwenden. So, wo habe ich den jetzt? SD-Karte in den Leser rein. Leser in den USB-Anschluss. Datei wird gefunden. Ist auch, glaube ich, sogar ein Dings drauf. Ja, ist egal. So, und dann das Ganze halt einfach nochmal überprüfen. Ist die richtige SD-Karte. Starten. Und dann lassen wir das Ganze flashen. Das dauert heute irgendwie alles sehr, sehr lange, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, jetzt wieder weiterlaufen lassen. Immer diese Unterbrechung mit Telefon und WhatsApp. Egal. Dann gibt es halt ein bisschen gestückeltes Video. Macht euch ja wahrscheinlich auch nichts aus. Weil, ähm, ihr kriegt es ja nicht mit. Für euch ist es ja nur ein Schnitt. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal in Echtzeit durchlaufen, weil das Image ist etwas größer wie das Originale damals, ähm, von der Datei. Es hat jetzt 4,9 GB statt 4,4. Äh, ich meine, die ganzen Sachen mussten ja auch nachinstalliert werden. Und deswegen ist es halt ein bisschen größer geworden. Und Kia U ist ja auch noch drauf. Das sind, glaube ich, auch nochmal 18 MB oder so. Aber das ist, ist halt alles, ähm, machbar, sag ich mal. Ja, da ja jetzt hier so im Moment nichts passiert, außer dass es durchläuft, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob es euch interessiert. Ähm, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen ein Open Media Vault auf einem Raspberry Pi 4 aufgesetzt. Mit 4 TB als NAS, damit ich meine Filme ein bisschen besser verwalten kann und auch meine Daten für den Druck und sowas besser verwalten kann. Falls dort Interesse besteht, dass das jemand wissen möchte, wie man die neue Version 6 vernünftig installiert, ans Laufen bekommt, dann bitte mal in die Kommentare schreiben, dann mache ich dazu ein Video. Ansonsten ist es jetzt für mich halt eine Sache, die ich jetzt nicht zu einem Video bringen würde, wenn da keiner nachfragt, weil es ist ein bisschen aufwendiger, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und, äh, ja, wer halt eine fertige Nasslösung zu Hause stehen hat, der dürfte wahrscheinlich auch kein Interesse daran haben, dass man jetzt hier so ein Peinass aufsetzt, wo man dann eine externe Festplatte dranhängen hat. Mit so einem Odroid HC4 wird das Ganze noch interessanter. Da habe ich auch, also da habe ich das, das Ganze habe ich über die letzten 14 Tage auch einmal fertig gemacht noch. Und auf dem HC4 ist das halt richtig gut, weil man dort die Festplatten direkt einstecken kann. Es ist ein SATA-Controller auf dem Odroid drauf. Ähm, das ist dann wirklich klasse. Und, äh, ja, dazu könnte ich auch ein Video machen, aber da kann ich nicht allzu viel zeigen, weil der steht im Moment halt an einer Stelle, wo ich nichts zeigen darf. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, aber ich kann halt eben mal so die, die, die Grundsachen erklären, was dort halt so ein bisschen schiefgelaufen ist und was die Besonderheiten von dem Odroid sind, wo man halt eben aufpassen muss, das Ganze funktioniert nämlich eben nicht ganz genauso wie bei einem Raspberry Pi. Das ist doch schon ein bisschen sehr viel was anderes. Also es ist eher an Linux angelehnt, ein richtiges, volles Linux angelehnt, als jetzt dieses Raspbian oder Raspbian Lite, was ja auch ein bisschen anders von der Dateistruktur her aufgebaut ist und wo viele Sachen halt eben abgespeckt sind. Weil das ist halt bei dem Odroid zum Beispiel nicht so der Fall. Das ist schon eher Debian als richtiges Debian, als wie Raspbian. Ja, wie ihr seht, das Flashen geht halt auch relativ schnell und läuft auch völlig fehlerfrei durch. Genauso wie vorher auch. Kleiner habe ich das Image leider nicht bekommen. Ich hätte gerne noch ein paar Daten rausgenommen, aber das ging halt leider nicht, weil die Dateistruktur ließ sich nur noch bis auf diese Größe verkleinern. Ja, der zweite Teil vom Video, oder wo wir halt dann das Timelapse und alles besprechen, der wird dann etwas später kommen, weil der Drucker läuft jetzt im Moment noch und ich hänge dann im Prinzip einen anderen Pi an den Drucker dran mit diesem System hier, damit wir da quasi von vorne anfangen können. Ich werde dort nur meine Printer-Config reinkopieren und werde dort halt in die Moonraker die Sachen einfügen, damit der Drucker dann schon mal lauffähig ist. Damit wir dort nicht halt erst da, das haben wir ja schon in einem anderen Video und im Livestream nochmal besprochen, wie man diese ganzen Sachen halt einfügt und was man da machen muss und beachten muss. Und von der Warte aus gesehen ist das halt jetzt dann Quatsch, wenn ich das noch machen würde. Ja, das Dateisystem wird dann jetzt im Prinzip nochmal, ich glaube überprüft wird es hier drinnen gar nicht. Also im Raspberry Pi Imager wird auf jeden Fall das ganze Repository, sag ich schon, also die ganze Installation nochmal verifiziert, ob das alles auch stimmt. Hier wird jetzt nur die Liste der Partitionen aktualisiert. Ob er es nochmal verifiziert, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Nein, außer man würde jetzt auf defekte Blöcke prüfen drücken. Somit ist das jetzt hier in Rufus auf jeden Fall schon mal erledigt. Aber ist auch egal, das war wieder Nonsens-Info am Rande. Wenn es interessiert, der kann sich da ein bisschen einlesen. Wer nicht, der kann halt einfach die 30 Sekunden weiterspulen. Ja, dann würde ich sagen, das Ganze schließen. Und die SD-Karte raus. SD-Karte aus dem Reader raus. Reader raus, ja. Aus dem Reader raus und direkt in den Raspberry Pi rein. Und dann sehen wir uns später quasi zum zweiten Teil des Videos. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Videos. Und zwar habe ich jetzt den Pi halt mit der SD-Karte versorgt. Wie im ersten Teil angekündigt. Und habe dann den Drucker jetzt umgeklemmt von dem Pi, wo er eigentlich dran hängt. An diesem Pi. Und den Pi habe ich jetzt hier schon auf dem Bildschirm. Allerdings werden wir den wahrscheinlich nochmal neu starten müssen. Weil ich muss ja irgendwie die Kamera reinbekommen. Und ich muss auch die anderen Sachen reinbekommen. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Damit das dann wenigstens schon mal ans Laufen kommt. Und dann... Kann ich ja schon mal so ein bisschen erklären, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe die Printer-Config halt eingefügt. Und ich habe die Moonraker-Config erweitert. Weil ich ja einen Power-Printer mit da dran habe. Und das heißt, der Printer wird halt über einen Leistungsschutz an- und ausgeschaltet. Damit ich quasi den nicht mehr ausschalten muss händisch. Sondern dann geht der Drucker nach 10 Minuten idle einfach aus. Und bleibt auch aus. Somit ist dann halt gewährleistet, dass halt, wenn der Druck irgendwie, was weiß ich, nachts um halb drei oder so fertig ist, wo ich ja nicht zum Drucker gehen kann, weil ich schlafe, ist dann halt einfach direkt aus. Das hatte ich aber in dem Stream auch schon mal näher erläutert. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Falls, wie gesagt, falls da noch Fragen sind, einfach mal in die Kommentare. Die Makros kann ich veröffentlichen. Das ist kein Problem. Und an dieser Stelle halt noch... Ich habe das GitHub-Repository, wo ich auch die Printer-Config und so veröffentlicht habe. Kommt alles in das Video rein. Auch jetzt zu dem... Zur Main-Sale-Beta. Das Ganze kommt auch mit rein. Die Links, damit das alles dort ist, wo es hingehört. Und da habe ich halt die Excel-Tabelle erweitert, damit man sich auch die Flow-Rate ausrechnen kann. Wer möchte, damit man halt weiß, wie weit das Hotend ausgelastet wird und ab wann es dort Probleme gibt. Und in dem Zuge habe ich gleich noch die Clipper.bin und die Update.cbd für das Board aktualisiert. Die sind also jetzt auch auf dem neuesten Stand von Clipper. Und dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal Sicherheit. Das werde ich auch weiter pflegen, dass das immer so alle drei bis vier Wochen mal abgedatet wird. Vielleicht auch ein bisschen später oder früher. Muss ich mal gucken. Ja, wie ihr seht, der Drucker ist jetzt sogar schon selbstständig komplett abgekommen. Und ist da, ohne dass ich jetzt irgendwas gemacht habe. So, jetzt tun wir uns als erstes mal nicht alles markieren. Hallo. Ja, Vorführeffekt. Passt wie immer. Gehen wir erstmal in die Dings und in die Einstellungen und tun uns mal eine Webcam reinziehen, damit wir eine Webcam haben, die wir auch verwenden können. So. Webcam ohne Namen vergeben. Webcam abspeichern geht nicht mehr in Mainsail 2.1. Man muss einen Namen vergeben. Sonst kann man nicht speichern, sonst bleibt das die ganze Zeit in diesem Safe-Webcam-Menü stehen. So, jetzt haben wir eine Webcam. Dann ist das schon mal erledigt. Und dann können wir auch im Prinzip hier schon mal reingucken. Der G-Code-Viewer ist da. Die G-Code-Files sind auch da. Heidemap ist auch da. Das ist jetzt die alte Heidemap, die äußerst bescheiden aussieht. Das Troncy-Bett ist manchmal sehr eigenwillig, um es mal so auszudrücken. Naja. Ist egal. Klipper gleicht das recht gut aus. Das funktioniert also trotzdem ohne Probleme. Was wir jetzt tun, ist mal die Timelapse einstellen. Falls dort was falsch sein sollte, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab jetzt mehrere Einstellmöglichkeiten in dieser Beta-Phase. Bitte lest dieses nach. Oder und schaut euch das Video von VES3D an. Der hat auch ein sehr, sehr gutes Video gemacht über diese Timelapse. Ist halt leider in Englisch. Falls dort Fragen sein sollten, könnt ihr diese Fragen auch bei mir reinposten. Ich beantworte die dann. Das ist kein Problem. Also falls jemand mit der englischen Sprache dort Probleme hat. Aber er zeigt halt auch alles. Und man muss ja nicht das Rad neu erfinden. Weil im Endeffekt wollen wir ja auch alle zusammenarbeiten, die halt mit Klipper, Mainsail und halt der ganzen Thematik arbeiten, sag ich mal. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Timelapse rein. Da ist es halt so, dass in der Timelapse jetzt dann halt die Kamera ausgewählt werden muss. Deswegen auch der Name, der vergeben werden muss. Dann genehmigen wir uns jetzt hier das Layer-Makro. Weil das Layer-Makro ist nämlich, wird über Kura ausgelöst, wie vorher das alte Makro auch im Prinzip. Nämlich über dieses Timelapse Take Frame. Das zeige ich aber auch gleich noch. Das ist kein Problem. Und dann gibt es noch die Hyperlapse. Hyperlapse ist eine zeitlich gesteuerte Zeit. Äh, zeitlich gesteuerte Zeit. Ja, eine zeitlich gesteuerte Timelapse. Das bedeutet, ihr vergebt halt Zeiten, Parkpositionen und sonstige Geschichten. Und wenn, mal ganz blöd gesagt, sechs Sekunden abgelaufen sind, fährt der Kopf in Parkposition, macht ein Foto und druckt danach weiter. Und das Layer-Makro macht es halt so, dass bei Layer-Change ein Foto geschossen wird. Und für dieses Foto, was dann geschossen wird, muss man natürlich dann auch das Ganze, muss man natürlich auch das Ganze dann dementsprechend, dementsprechend einstellen, dass das auch im Slicer stimmt. So, hier habe ich jetzt gerade gesehen, das habe ich völlig überlesen. Man kann sich sogar die einzelnen Bilddateien in einem ZIP-File speichern lassen für externes Rendering. Das geht hier also auch. So, Stream Delay Compensation, also heute läuft es aber auch gar nicht rund bei mir. Das ist dann 0,05 Sekunden, da habe ich jetzt auch nichts dran geändert. Verbose G-Code, muss natürlich auch an sein, sonst funktioniert es nicht. If enabled G-Code, Makros will write informations to the console. Das heißt, ja, das Makro kann sich in der Konsole melden, damit man halt auch sieht, dass die Bilder geschossen wurden. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile eine Respond-Info gemacht haben, weil die hatte ich mir nämlich selber reingeschrieben in das alte Makro, dass er bei jedem Bild halt reinschreibt, dass er ein Bild gemacht hat und auch zum Schluss reinschreibt, dass er jetzt anfängt zu rendern. So, Park Tool Head müsste man natürlich auch dann verwenden, wenn man ihn komplett wegparken möchte. Das ist aber was, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen werde, denn das muss sich jeder selber so einstellen, wie er es möchte. Das ist dann einmal die Parkposition, die Geschwindigkeit, wo er damit hinfährt, die Retract-Geschwindigkeit, die Retract-Distance und der Unretract-Speed, also das heißt, das Material zurückschieben, die Unretract-Distance, die ja dann in der Regel eigentlich genauso viel sein sollte wie die Retract-Distance und die Parkzeit. Ich habe jetzt für mich so einen Wert gefunden von 0,4 Sekunden ungefähr. Das ist eigentlich perfekt, weil dann steht die Kamera auch still, weil die Kamera kann auch mal vibrieren, je nachdem, wie er druckt. Und das passt eigentlich recht gut, nur mal so als Info am Rande. So, dann haben wir hier dieses Render Options. Da muss man dann halt gucken, dass man, wenn man da was verändern möchte und nicht die Standardwerte nehmen möchte, was man dort verändert. So, dann kann man hier in den Render Options, kann man noch bestimmen, entweder Variable FPS anklicken. Dann bestimmt sich das Ganze selber nach der, ja, wie soll ich sagen, also nach diesen Vorgaben, die sich hier öffnen. Dann kann man nämlich sagen, zwischen welchem Bereich sich die Framerate bewegen soll und wie lang das Video in der Regel werden, also man das haben möchte. So, in diesem Falle kann man dann halt sagen, ich möchte das Video immer 10 Sekunden haben und dann sucht er sich das Ganze immer aus. Wenn man jetzt dann YouTube Shorts macht, ist das schon sehr interessant, dieses Ganze hier, weil dann kann man sich nämlich entweder auf 15 oder 60 Sekunden einschießen. So am Rande für die, die es interessiert. Ansonsten hat man hier halt noch die manuelle Einstellung und kann halt hier auch sagen, wie viele Frames dupliziert werden sollen am Ende des Videos. Damit das Video quasi dann noch eine Sekunde oder zwei das fertige Teil zeigt. Das ist natürlich eigentlich eher interessant bei einer Kamera, die den Tisch immer komplett überblicken kann, als wie bei einer Kamera, die immer nur im Bereich des Druckkopfes liegt. So, dann haben wir hier den Constant Rate Factor. Das ist im Prinzip, kann man das ganz grob übersetzen mit der Qualität des Videos und der Einzelbilder. 0 wäre dann quasi ohne Qualitätsverlust. Ich nehme meistens so zwischen 5 und 10, weil das Video darf ja ruhig etwas größer werden. Das ist ja kein Problem. Man arbeitet ja heute sowieso mit sehr hohen Bitraten und sehr viel Datenmenge, was man so verarbeiten muss. Ja, dann hier unten noch das Pixel-Format und das Time-Format-Code. Das ist dann, wie halt das Zeit-Format angelegt werden soll in der Timelapse, also in der MP4-Datei hinterher. Ich habe jetzt die Vermutung, dass man alles mittlerweile über die Konsole einstellen kann. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir haben es bisher so und so probiert. Es hat beides funktioniert. Ich habe allerdings, um das dazu zu sagen, in die Moonraker trotzdem noch das komplette Timelapse-Plugin eingefügt von dem GitHub-Repository. Ich weiß nicht, inwieweit es noch gebraucht wird. Ich habe den Output-Path und Frame-Path und FF-MPEG-Binary-Path aktiviert, damit das schon mal alles drinne steht. Das habe ich jetzt soweit gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es noch zwingend erforderlich ist, denn da gab es schon wieder Änderungen. Das bitte auch, wenn es nicht funktioniert, gerne selber nachlesen. Es ist halt, wie gesagt, noch eine Beta. Es ist noch keine Vollversion und ich sehe gerade, es gibt hier auch schon wieder Updates. Ich bereite jetzt noch einen Druck vor, stelle alles fertig ein mit der Timelapse. und lasse einfach mal irgendwie ein kleines Kästchen oder so laufen und das lasse ich dann noch schnell durchlaufen. Das werde ich dann einfach als, ja, sage ich jetzt mal, beschleunigtes Video hinten dranhängen. Das tue ich hier auf dem Desktop aufnehmen, nur damit ihr mal seht, was halt jetzt für Infos in der Konsole kommen, ob Infos in der Konsole kommen und dass halt auch hinterher alles dann so funktioniert, wie es soll. Deswegen, also das wäre jetzt so mein Plan. Ah, noch ein kleiner Einschub. Ich habe vergessen, euch den Slicer zu zeigen. Ja, also im Slicer müsst ihr dann einfügen, entweder ein Insert at Layer Change oder irgendwas Ähnliches. Es steht aber auch alles beschrieben auf der Seite, wo das Timelapse, also wo die ganze Timelapse-Repository-Geschichte veröffentlicht wurde bei GitHub. Das werde ich mit verlinken auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass ihr halt bei dem Layer Change eintragen müsst, Timelapse-Take-Frame. Und dieses Timelapse-Take-Frame wird euch auf jeden Fall dann das Einzelbild aufnehmen, entweder nach dem Layer Change oder vor dem Layer Change. Das müsst ihr dann selber entscheiden, was euch besser passt. Und was ich noch vergessen habe, ich habe für mich das Ganze so gemacht, dass ich nicht die Autorender-Funktion nutze von dem Timelapse-Plugin, sondern ich nutze eine extra Render-Funktion. Und diese Render-Funktion müsste auch geblieben sein. Bitte dort auch nochmal schauen. Ich bin mir nicht ganz 100% sicher, aber zu 80% bin ich mir sicher. Das Ganze sieht dann nämlich so aus, dass ich mir hier, das ist alles noch altes Zeug, dass ich mir hier halt dieses Timelapse-Render mit reingeschrieben habe. Dort kann man nämlich dann im Prinzip, ohne dass man jetzt die Autorender-Funktion nimmt, das Rendern des Videos aufrufen. Das bedeutet, auch wenn der Drucker ausgeht, weil der ja bei mir abschaltet, wird das Video trotzdem gerendert ohne Probleme, weil das Autorender funktioniert nicht, wenn der Drucker nach dem Druck direkt abschaltet. Das geht dann nicht, weil dann wird die Funktion nie aufgerufen. Und das hat er auch, glaube ich, West3D schon mal veröffentlicht. Ich meine, da hätte ich das auch im Grunde genommen hergehabt. Der hatte das nämlich auch gesagt, dass das dann nicht geht und er hatte das auch so eingefügt oder so ähnlich. Ich habe halt jetzt noch die Info mit unten drunter genommen, damit halt eben auch sichtbar ist in der Konsole, dass er rendert. Ja, wer möchte, bitte nachfragen. Ich setze das auch in die Kommentare rein, wenn das gewünscht wird. Das ist kein Problem, da kann jeder drauf zugreifen oder halt bei West auch gucken, weil er hat es auch veröffentlicht. Und wie gesagt, ich bin halt immer noch der Meinung, man muss das Rad nicht neu erfinden. Aber ich möchte es halt auf Deutsch für euch runterbrechen, weil ich weiß, dass ich einige in der Community habe, die nicht so gut in Englisch drauf sind, dass sie die Texte komplett frei lesen können. Und ja, man muss ja nicht irgendjemanden benachteiligen. Ich finde halt, man sollte jedem helfen und man kann auch in jeder Sprache versuchen zu helfen. Und im Zweifel gibt es auch Übersetzer. Ja, deswegen scheut euch nicht zu fragen, das ist alles in Ordnung. Ich versuche, das in allen Möglichkeiten, die ich habe, irgendwie hinzubekommen. Und würde ich sagen, ansonsten in diesem Sinne schon mal ein schönes Restwochenende. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit, das auf jeden Fall auch. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. So, dann schon mal viel Spaß mit dem Druckteil. Der Tisch heizt jetzt auf und ich werde ab hier das Video jetzt beschleunigen. motivation. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020